so haben sie kommt zurück zu den letzten Play ganz was ist vom liebsten wir sind bei Stage 5 so Spieltester Gug das in den Handwerker jeden Fall mit Leitung also brauchen das das und mal die mitnehmen hier haben wir auf jeden Fall den um uns mit ihnen so Sonst fürchten wir eigentlich nichts, oder? Essayence-Conjuice-Bahn, ah ne, hier kommt nicht. So. Also wollen wir mal setzen hier. Okay, also, wie gewohnt, jetzt weiter. Jetzt müssen wir hier, die schon im letzten oder vorletzten Podcast, weiß ich gar nicht, diese Blumentöpfe hinsetzen. Machen wir aber jetzt zuerst nicht. Ach guck, da kommt schon der erste. Sonnenenergie! Bitteschön. Sonnenenergie ist cool. Bude! Bangs! Machen wir mal eine hintere Reihe. Nur von diesen Dingern und dann diese mit den Salamköpfen und Schießern. Die werden nur ausgebremst. Echt? So. Alles klar, jetzt hier bitte schon Sonnenweil. Ich will, dass wir hier die Maiskolbenreihe fertig kriegen. Die Salamköpfenreihe fertig krieg. So. So. Und einen brauchen wir noch. Gucken wir mal so. Den nicht, aber... So. Ach, die gucken so traurig, die Maiskolben. O-oh. Brains! Aber egal, was soll sich nicht ablehnen? Brains! Und ich glaube, wir können nochmal anfangen, jetzt hier ne zweite Reihe von diesen Kisten Töpfen zu machen, Blumentöpfe. Hier schon mit traditionellem Unkraut. Obwohl er neu gekauft ist. Das ist natürlich surrealistisch. Naja. Das sagen wir mal nicht so. Ja. So. So. Okay. Also ich will eventuell hier so eine Walnussreihe hinmachen. Bin ich gerade mal überlegen. Jetzt haben wir die Formation fertig. Jetzt können wir anfangen. Eine zweite Reihe. So. Die hinteren Bremsen die dann so ein bisschen aus. Und die vorderen machen wir die natürlich auch nicht. Dafür brauchen wir gerade nicht. Aber da können wir einfach mal eine. Da können wir die Walnussreihe hier schon mal anfangen. Und nicht unsere Army-Nüsse. Und nicht unsere Army-Nüsse. Ah. Haha. Ich brauche ein Butter Ding. Ja. Schau mal. So muss das. Sonnenenergie. 4.420 Cash oder Dollars. YOLT. Also ich hab immer gern mal so ein bisschen. Oh, ich hab hier alles so drüben und so. Ach, wo ist denn die Kombination? Ja. So muss das. Komm, kommt wieder der Handwerker? Ja, ja. Scheiß nie, ne? Prozent 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 Scheiß Handwerker die Altaut schießen Prozent 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 so viel Handwerker brauche ich, ich brauche das Dach ist in Ordnung, siehst du das nicht? die Steine entlocken zwar ein bisschen, aber es geht auch nicht rein, ich glaube es ist nicht rein hier heeeey ich habe auch mal einen Puls gefressen der war teuer, 22 Dollar je echt, das ist mir nicht so viele Zähne, wir haben keinen Zahnarzt in dem Spiel in dem Spiel oh ja okay oh oh also das hier nichts scheiß aufgelacht da hätte man natürlich schlecht kommen oh 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 niemand alles Musik 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 Funden Saches Was haben wir da gekriegt Musik Sieht aus wie so ne Kaffeebrune Musik Musik Sache ich doch Kaffeebrune Musik Musik Plant it on a mushroom to make. Wake it up. Ach cool. Jetzt haben wir Rasen her. Auf dem Dach. Alles klar, das war's für den Part und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltet.